So, machen wir weiter mit Age of Mythology. Jetzt habe ich euch ein bisschen genervt mit anderen Spielen, die rauskommen, wofür wir eh keine Zeit haben zum Spielen, weil wir alle... Also, ich kann sie präsentieren, aber man muss ja die Zeit, die man hat, irgendwie auch nutzen. Der Brunnen der Urt. Um in die nordische Unterwelt vorzudringen und Gagarensis aufzuhalten, müssen unsere Helden den Brunnen der Urt erobern. Die Armee von Gagarensis Finden sie die feindliche Stadt im Westen, überfallen sie sie. Die Armee von Gagarensis Die Armee von Gagarensis Oh Das scheint die Stadt im Westen zu sein. Und schon aufgefallen, gefühlt kein Gold, da oben ist Gold. Das ist die Stadt im Westen. 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 Okay, es gibt mehrere Ausgänger. Das ist die Stadt im Westen. Das ist die Stadt im Westen. Das ist die Stadt im Westen. Tempe-Technologien werden billiger. Das ist die Stadt im Westen. 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 Fulvermane, mal ist da. Etimos, Fanny. Achso, das sind die Scouts. Die kriegen einen auf den Deckel. Hm, jetzt habe ich... Ihr sollt hier nicht hin. Ihr sollt hier auf die Felder. Ich habe ja gesehen, dass da ein Angriffstrupp unterwegs war. Ja, was ist mit denen? Habt ihr auch da oben reinlaufen sehen. Da sind sie. Ja, was ist mit denen? Achso? Ja. Wie geht's... Aber dann laufen die Würche einmal ganz außen rum, um die Mauer zu umgehen. Naja, oder die machen die Mauer kaputt. Ja, oder die Mauer. 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 Dann haben wir denen schon wieder so eine Krähe. Ja, oder die Mauer. 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 Something. Skjá. Ja. Tilbúin. Skjá. Ja. Ja. Das war's für heute. Na freundlicherweise kommt direkt noch eine zweite Truppe. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird, während ich hier bin. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird, während ich hier bin. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird, während ich hier bin. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird. Danke für die Warnung. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird. 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 Ich kann immer so kotzen bei dem Focusing, sodass die KI einfach sofort auf die Dorfbewohner geht. Na, das ist einfach so ekelhaft. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird. Richtig, nicht dass mir noch langweilig wird. Skippen! Ja! Ich will Búkarl 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 Búk Búkarl Búkarl Hvernig Eða er má samþygt Ég vil Selxit 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 Helxit Það er þar Eða meða Mjörg Odin der Allvater wird unsere Speere führen. Bereitet euch auf die Belagerung vor. Waren die einfach plötzlich in meinem Lager drin? Es sah so aus. Ah ne, die sind bestimmt hier irgendwie oben runtergelaufen und dadurch. Oh, ich weiß auch nicht. Hm. Ich weiß auch nicht. Hm. Okay. Ich weiß nicht. Gehen die weg. Ja, bros, Tag. Prost, Tag, paje? Ja, ich will. Something. Ich will. Saas. Skippe an. Hver ist das, ich will. Tympeln. Buhkarl. Skipan. Buhkarl. Ja, tilbúin. Timberswap Stimmt der Caini, die rennt ja schon wieder weg Ja, satt, samþyggt, hver er þar? Timberswap Ja, ég vil, satt, ég vil, satt, samþyggt, já, tilbúin Svo, báma upp Prostagma Tillyción Es kommt einfach noch eine Truppe. Geh weg Fliege, oder was aber mich gerade angegriffen hat. Geh weg Fliege, oder? Geh weg Fliege, oder? Geh weg Fliege, oder? Geh weg Fliege, oder? Das Ding aber schnell. Das Ding aber auch nicht. Ich will... ...somethin. Ja, ein bisschen. Ich bin ein. 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 Ja. Muss ich aufbauen, damit der nicht einfach durchlaufen kann und hier hinten meine... ...armen Zwerge tötet. Wir müssen Nahrung ein bisschen pushen. Deshalb Holz erstmal darauf verzichten. Weil ich glaube ich für beide Einheiten gerade nicht das... ...ja, jeweils Nahrung und Glauben nur. Ja. Ja, fyrir þar. Til skipa. Tilbúin. ... 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 Da kommt schon die nächste Armee. Kein Fluchen, kein Neuladen. Ja, man überlebt. Stimmt schon. Es gab schon schlimmere Missionen. Aber es ist halt einfach nervig. Es drückt halt so gegen einen. Und die Economy wird ja auch gerade nicht viel besser. Ja. Leicht wohl um mich. Ringbogen war kühl. Ja? Buhkart. Wer da? Buhkart. Wer ist das? Ja, sagt. Something. Ich bin. Wer ist das? Ja, sagt. Ja, ich bin. Wer ist das? Ja. 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 Die Felder waren von Anfang an da. Ja. 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 Sei doch nicht so. Lol. Immerhin laufen sie so und nicht einfach durch. Und wir können weiter produzieren. Ja. 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 Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Till skipan. Ja. Hilbú, Sappi. Hver er þar? Something. Something. Já, ich will. Hilbú, ich will. Ja, ich will. Hver er þar? Something. 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 Já, ich will. Til skipan. Til skipan. Hver er þar? Já. Skipan. Satt veiðimaður. Já. Veiðimaður. Til boi. Til skipan. Til jou. Feindlicher Angriff. Aus dem Wäsch ankommen. Ach. Plötzíðiðir mir anságen, von wo die Angrífe kommen. Lustiges Team, ey. whoa. Heimhäer. Väljimhäer. Hver er þar? Das er bæðið. Hver er þar? Seas æðar? Heimhäer. 600 Lebensmittel. Okay, Holzproduktion ist jetzt aber auch wieder normal. Oh, danke für nichts, ey. So, das letzte Upgrade für die Waffen. Ein bisschen Gold produzieren wir jetzt mit den Ochsenkarren. Und ihr kommt an dem Belagerungs, beziehungsweise am, ja, ihr kommt hier einfach nicht vorbei. So, das Autobau mal abbrechen. Ja, das ist jetzt scheiße. Wie ist es? Ja, das ist. So, das ist aber auch wichtig. Wenn wir hier wiedersehen. Hirlpool. Hirlpool. Sat. Skifan. Das Ende ist nah, sie sind aufgetaut. Ja, Belahrungswaffen werden billiger, naja. Muss nicht sein. So, dann wollen wir mal rüber. Ich überlege gerade, ob ich nicht den, ihr könnt weg. Du auch. Hm, ob ich das zweite Dorfzentrum vielleicht doch noch einnehme. Obwohl es sind nur 20 mehr Bevölkerung. Wird schon so gehen. Wie hast du das denn geschafft, jetzt daran vorbeizukommen? Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Skippa. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Pusht euch gegenseitig. Pusht euch gegenseitig. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Pusht euch einfach. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Geht ihr? Könnt ihr mal aufhören, so weit auseinander zu gehen? Ist ja echt zum Kotzen. Lassen Sie dort ein. Super персонal. Super嗯, so weit auseinander. Lassen Sie auf den Titel. Sägen Sie das noch? Lassen Sie den Titel! Rechnung Sie den Titel! W Hammer! So weit ist das! Das war's für heute. Oh, der wird außerhalb produziert und fährt dann außenrum, ey. Oh, der wird außerhalb. Was ist das, was ist das? Geht doch. 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 Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da Wieso nicht, der kommt jetzt raus, um sich kaputzt schlagen zu lassen Ah, ne, der läuft nur hoch und runter. Dann ist er gut Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ich bin ein bisschen mehr, aber ich bin ein bisschen mehr. Das Ende ist nah. Das Ende ist noch etwas. mehr hoit Ich bin das Kaffee. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Sie sprechen von Kaffee. Ich glaube da muss die letzte Produktionsgeschichte von dem. Ich glaube da muss die Ach ja. Ich habe das Gefühl, dass es gleich noch Überraschungen gibt. Also, ich habe das Gefühl, dass es sich nicht ganz gut machen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht konkret aus dem Zellen da juist. Sie wissen, warum ich gerade ein Rollstuhlter habe. Einiges kann auch passieren. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Einmal quicksave. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich dachte, es kommt noch irgendwas, weil es war noch, warum macht man denn irgendwie noch in die Basis, wo man den ja, also wo man das Tor vernichtet, noch ein Relikt rein? Ja. 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 Ja.